Hallihallo zusammen, ich grüße euch. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit OpenOffice die Seitennummerierung einfach so anstellen kann. Also wenn sie die Seite einfach nummerieren wollen, dann sollten sie erst mal auf Anfügen gehen und dann Fehlbefehl einfach drücken und hier haben sie die Seitennummer. Dann drücken sie einfach drauf und die Seite wird einfach nummeriert. Und wenn sie zum Beispiel alle Seiten nummerieren wollen, dann sollten sie zunächst auf Anfügen nochmal gehen und dann entweder fangen sie erstmal mit der Kopfzeile und dann Standard gehen und dann haben sie auch. Oder sie haben auch die Möglichkeit, auf Anfügen zu gehen, Fußzeile und Standard einfach zu drücken und dann haben sie auch. Also ich freue mich euch dieses Video zu zeigen. Thank you. 11 10 13 16 17